Ja, hallo! Ja, nicht überall, wo Liebe draufsteht, ist Liebe drin. Aber, ja, mal probieren. Oh, doch, das schmeckt lieblich. Ja, ich denke mal, auch du hast Erfahrung damit gemacht, dass jemand zum Beispiel dir, ja, leise, süß gesäuselt hat in dein Ohr. Ich liebe dich. Und kurze Zeit später hat er dich fallen lassen und nichts war es mehr mit Ich liebe dich. Ja, und deshalb sind wir immer wieder vorsichtiger geworden, unser Herz überhaupt zu öffnen. Und, ja, wirklich bereit zu sein, uns in die Liebe fallen zu lassen. Ja, ich hoffe, dass du einen Menschen gefunden hast, der dich nicht hat fallen lassen, der dich weiterhin liebt, so wie er sie es gesagt hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall, fühl dich geliebt. In diesem Sinne, alles Gute. Bis dann.